Servus und herzlich willkommen bei Tumpfis Kanal. In dem Video geht es um dieses Teilchen hier, was das ist und was geht in dem Video. Der Spätherbst ist aktuell im Gange und es wird langsam ruhig bei uns an den Bienenständen. Im Idealfall sind die Bienen schon gut für den Winter vorbereitet, aufgefüttert, behandelt usw. Und was bleibt dann Imker über, als dass man schon ein bisschen schaut für die nächste Saison. Ein bisschen Bienenzeitschriften lest. In der Bienen Aktuell von Oktober habe ich einen interessanten Beitrag gesehen. Eine interessante Sache und zwar eine Velotina Falle im Prinzip. Ich habe ein Video gemacht über die Vespa Velotina. Könnt ihr euch gerne anschauen, verlinke ich euch oben. Das erkläre auch die Unterschiede zwischen der asiatischen Hornisse und der europäischen, der heimischen Hornisse. Ja und ich finde dieses Konzept von dieser Falle, Velotina Falle, eigentlich simpel, einfach und ja eigentlich auch kostengünstig. Natürlich kann man sich immer selber etwas basteln. Aber diese Lösung finde ich einfach praktisch. Ist bei Velotina.at, ich verlinke es dann nochmal unten in der Beschreibung, erhältlich. Und das Ganze macht einen soliden Eindruck. Dürfte ein Spritzguss sein, also kein 3D-Druck. Zumindest merkt man da, hat man da so dieses Abriss-Dings, wenn etwas aus einer Spritzform rauskommt. Und das Coole an dem, dass man rein theoretisch jedes Glas mit, ich glaube 82mm sind das, man kann es auf jedes Glas montieren. Also alte Honiggläser, Kilogläser oder Gurkengläser etc. Alles was diese Größe hat, kann man verwenden. Das finde ich schon mal gut. Man kann es im Prinzip auch leicht reinigen. Man hat nicht viel Lagerplatz und so weiter. Das Ganze funktioniert relativ einfach, kommt auch mit einer Anleitung. Also im Prinzip kann man die Falle so aufstellen, man kann es auch aufhängen. Man könnte rein theoretisch, wenn man jetzt kein Glas verwenden will, könnte man mittels diesen 3 Löchern das Ganze in ein größeres Gefäß, Box oder sonstiges installieren. Und eben durch diese ganzen Öffnungen können andere Bienen, Insekten da wieder entweichen. Das Ganze funktioniert dann natürlich mit einem Lockstoff, weil ohne Lockstoff funktioniert überhaupt keine Falle. Und dazu nimmt man einfach so Pads oder diese Abschminkpads oder man kann höchstwahrscheinlich auch so einen Spülschwamm, wenn man ein Stückchen abschneidet, da in dieses Glas geben oder ein Schwammtuch. Das sei jedem frei, wie ihr das macht. Im Prinzip gibt man es einfach dann ins Glas, den Lockstoff drauf, verschraubt das Ganze und schon ist das Ganze aktiv. Ja, stellt man dann bei dem Bienenstand auf, vielleicht ein bisschen abgelegen von den Bienen. Ja und dann kann man im Prinzip ein gutes Monitoring machen, weil um das geht es ja bei der ganzen Sache. Da geht es jetzt nicht darum, wir fangen so viele Vespa Velodina wie möglich, sondern rein aus Monitoringzwecken. Und ja, da macht das auch nichts, wenn das ein bisschen länger steht, glaube ich. Das wird relativ langlebig sein. Wie auch vorher erwähnt, kommt eben eine Anleitung dazu und da steht eben auch die Vorbereitung der Velodinafalle. Füllen Sie das Glas mit einem saugfähigen Trägermaterial. Ja, eben so diese Wattepads, vielleicht kann man einfach nur Watte nehmen, Schwammtuch, vielleicht ein normales Stück Tuch. Das ist überhaupt kein Problem. Das steht auch am besten, eignet sich hier für ein Wattepad. Es können auch nachhaltige Materialien wie Holzwolle verwendet werden. Ja, also es geht einfach nur darum, dass dieses Lockmittel irgendwie halt aufgesogen wird, das längere Zeit hält und eben diesen Duft abgibt, dass die Velodina da angelockt wird. Ja und fürs Monitoring, das ist auch super, da haben wir gleich eine folgende Rezeptur. Vielleicht blende ich es euch da jetzt noch irgendwo ein. Ein Drittel süßer Weißwein, ein Drittel Bier und ein Drittel süßen Fruchtsaft oder Sirup. Vermeiden Sie Zitronen und Orangensaft. Also höchstwahrscheinlich, wenn der Otto Normalverbraucher kleinen Orangensaft reingeht, aber da steht ausdrücklich, vermeiden Sie Zitronen oder Orangensaft. Ja, also vielleicht ein Traubensaft oder, oder, oder. Ja, jetzt wo wir wissen, dass man diesen Lockstoff auch noch selbst machen kann, ist ja die, ja quasi fast die, eine der günstigsten Methoden, ein gewisses Monitoring zu betreiben auf seinem Binnenstand. Ich will jetzt an der Stelle noch dazu sagen, keine Panik, es soll jetzt kein Panikvideo oder sonstiges sein, oh mein Gott. Einfach nur ein Informationsvideo zu dieser Falle, weil ich finde die, meine persönliche Meinung, finde ich sehr praktisch, einfach zu handhaben. Ja, deswegen gibt es auch dieses Video da dazu. Der nette Fabian von Velodina.at, der hat mir ein paar Fallen mehr geschickt und hat gesagt, die kannst du dann deine Zuseher verlosen und ja, ich finde das eine coole Sache von ihrem. Danke an der Stelle und ja, ich würde sagen, ich verlose dreimal, dreimal je zwei so, ja, Aufsätze. Da kann man dann auf seinem Binnenstand ein gutes Monitoring machen. Was müsst ihr da machen, dass ihr da teilnehmt? Ihr schreibt einfach einen Kommentar. Im Kommentar schreibt sie ja Glas, ja, Glas, großes G-L-A-S. Ich schreibe es euch unten nochmal rein, wie ihr Glas schreiben könnt. Und ja, dann wäre ich ein paar Tage drauf, ich schätze vier, fünf Tage drauf, mittels Random Comment Picker, werde ich die Gewinner auslosen. Ich werde es höchstwahrscheinlich kein separates Video geben. Ich werde dann die Gewinner in einem Kommentar erwähnen oder unter deren Kommentar kommentieren. Bitte schreibt mir dann eine E-Mail an so und so und dann machen wir uns aus, wie ihr dazu diese Fallenadapter kommt. Ich hoffe euch hat dieses kleine Video wieder gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder vielleicht sogar ein Abo da, ich würde mich freuen. Und ich sage danke, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.